ja liebe dinosaurier freunde willkommen zurück bei thoracic world evolution und ja das hier ist die insel wo schon mal so ein bisschen was ist und wo die saurier einfach frei rumlaufen ich muss jetzt hier sehen dass wir hier auch geld bekommen wir im moment sieben millionen und ich habe das so gemacht dass ich auf einer anderen insel immer am vorkom bauen ja und ich sehe ich muss ja gerade noch ein paar sachen bauen und ja ich möchte hier halt ein paar sachen bauen also fossilien damit woanders und hier gebe ich dann das geld dafür immer mit aus ja im moment mache ich das dann so ja dass ich das dann so mache aber mal sehen wie machen wir das am besten wir könnten hier noch was hin machen also hier man könnte das so machen dann hätten wir da noch was dann könnte man da noch eine mauer drum machen oder wie oder ich mache es gleich so dann haben wir da noch den weg kann man so und so machen dann machen wir die mauer da werden machen denn halt ein bisschen außen und noch eine hin gut kann da jetzt habe ich das natürlich dann so gemacht wäre okay wenn er von da so ist dann machen wir das auch so moment das braucht hier gar nicht sein warum auch immer so ich nehme da mal guck mal hier ja das muss man sehen oder wir machen das hier weg kommen ist das da frei so dann machen wir hier weg 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 vielleicht da auch noch ich guck erstmal so wir brauchen ja noch einige gebäude damit wir dann expeditionszentrum zum beispiel war das ist riesig dass man sehen man könnte genau wenn die mauer jetzt nicht da wäre dann könnte man das da noch machen die mauer denn da noch aus ja das mache ich mal wir bauen das ja besser mal so ein bisschen um so denn wir haben ja hier wieder kühlen wieder mühe noch ja das wieder mühe noch kosten gescheut genau so nicht kühlen ok so expeditionszentrum genau wir haben wir immer mit nur das andere hier das acu das kommt dann hier hin machen wir am besten so wir machen das am besten so genau ja so mit dem weg verbinden am besten so ja das ist so ne das ist so komisch aber so geht es gut so das kommt dann dahin expedition und dann haben wir das hier noch genau abkommen auf nein ich will das nicht moment die haben gerade gestört die alte flauwe die michaela schiefer ich schon mal sagt also ein bisschen ähnlichkeit damit so das ist kleiner das könnte man vorher dass er sie nicht mehr hin passt da gehen die leute weg der könne im urlaub kommt war nicht ja ich könnte das noch anders mache ich kann ja hier wo so viel los ist fast food restaurant machen machen so dann sehen die leute hier gleich so früh am essen wenn die reinkommen oder wieder weg gehen könnte auch noch mal unterwegs was essen nein ich würde sagen ich mache das so ja das ist gut da wird noch der weg fällig haha der weg fällig einmal hier hin so strom brauchen wir genau wir brauchen drohen mit der kraftwerk wir und mit dem moment konnte das erlaubende kosten 32.500 ok auswahl kurz 3 und verbessert in dem moment braucht keine oder wir verbessern das einmal oder ich lass das mal so so reduziert mir hier von 35 oder 33 egal jetzt haben wir noch laufende kosten 22.000 so das ist doch schon mal was das acu das hat acu planung einer dann nehme ich treffsicherheit einmal die drei und nachladetempo 3 so dann nehme ich nochmal den acu 2 erstmal so äh ich nehme mal den blauen so expeditionszentrum äh äh grabung nein grabung genau das nehme ich den ertrag je mehr ertrag die er da haben und so besser kann man ein paar sachen noch finden so so wir können die oh jetzt äh alle hat neu aber ich bleibe erstmal bei dem alten äh wo haben wir denn noch was ähm da ist auch noch blau so lasse ich das erstmal ähm genau aufträge brauchen wir warte mal oh hier ist aber alles ok bei grün gibt es ähm den schnelleren stoffwechsel erfolgsrate 3 genau die würde ich auch noch haben ok die erfolgsrate 3 äh und hier haben wir gut und da haben wir reaktionstempo 3 niedrige gesundheit was na egal ähm das ist ja ok ich fange erstmal mit dem grünen an das ist die genau vorfunklabor und äh das andere das muss auch noch gebaut werden genau das ist ja die äh das äh brauche ich mich damit nicht umkümmern da ich ja kein gehege gebaut habe sind das auch nicht meine dinos äh äh so ich brauche fossilienzentrum genau fossilienzentrum ähm das würde ich hier noch mit hin klatschen oder ähm guck mal das kann ja sogar hier noch hier noch mit hin ähm ich nehme da auch mal die mauer weg da hätte ich dann bisschen mehr platz die mauer muss weg die machen ja so vorsichtig wegen der leitung die wollen wir ja nicht weg machen ähm weiß nicht warum hier noch so das muss weg das muss weg das könnte auch weg so ähm gut waren bei restaurant und dem saurierkampf das macht nichts äh wie gesagt es sind nicht meine saurier im moment so umspannwerk genau ich mach das mal hier hin so ähm komm mal bis dahin oh nein ich komme da nicht genau da mache ich ein hier hin so der andere kommt dann dahin zack ja vor ort wurden also wir verkaufen die dino speise 6 und machen da mal 15 draus so 240 gäste 240 gäste ist davon richtig voll äh ich setze nochmal einen mitarbeiter damit rein kann jetzt 435 gäste aufnehmen so und dann gucken wir mal ähm ähm so genau ich brauche wieder was brauche ich denn ein fossilienzentrum alter ist das riesig das teil haha meiner ist auch riesig ähm moment so dann kann man da noch den weg legen genau äh wobei hier sei es auch ja ich würde unten noch einen laden hin machen das ist dann warte mal ich mach das dann die mauer kann hinten rum so bam ähm wege halt nein nicht natur weg will ich haben dahin so der passt im moment da nicht hin der weg ich gehe mal ein nach da so und dann hier rum warte mal ähm können auch genau so ja so ist gut mach ich das so ähm genau wir haben da so jetzt kommt noch das vorwärtszentrum ähm 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 das könnte doch noch irgendwo da mit hin oder ha irgendwie könnte das hier noch mit hin also sturm nährt sich oh ne haben wir denn hier einen punkke oder sowas sicherheitsraum ja dann geht mal da rein leute ähm ok schlechtes wetter macht die dinos verrückt ja und wir bekommen jede menge davon na und aber hier können die immer mit noch nicht hin ähm ne ich nehme ich nehme jetzt nehme ich denn das mal äh äh genau Zaun ähm im Moment sind die dinos ja noch da hinten ähm was mache ich denn warte mal ähm ich kann ja jetzt was verkaufen ne jetzt habe ich ja das vorwärtszentrum ja jetzt kann man die ja mal sehen was haben wir denn hier äh äh der kann verkauft werden 120.000 ähm okay jetzt nehmen wir mal so 720.000 weg damit 27.000 ähm bernstein ist gut 100.000 weg und 40.000 weg so der kann auch weg alles klar so dann kann ich wieder äh neu machen wow ich mache mal diesen gelben und diesen gelben so ähm okay nebenbei machen wir auch ein bisschen gewinn jetzt das ist gut ähm betonmauer da nämlich auch die betonmauer ähm ich mache das hier um den laden um das ding da rum vorwärtszentrum neue folgte aha gut ähm ähm ich lasse es erst mal so ich gucke wieder nochmal äh äh gib mir mal hier einen auftrag genau ach ich komme mit diesem brand heißen auftrag zu ihnen nein ich würde selber ich würde erstmal glaube ich den grün machen ne da haben wir dann äh was haben wir bei grün schnellere Stoffwechsel erfolgt genau die Erfolgsrate 3 will ich unbedingt haben erstmal danach kann ich den blau machen also ne nicht blau machen sondern und als letztes mache ich dann die Sicherheit genau da gibt es auch noch ein Genom für ähm ich brauche jetzt noch ein hier unten so ein Ding brauche ich dann noch wie heißt das für die Vorfrunk genau Vorfrunkzentrum äh nein das gibt es hier Vorfrunkzentrum äh Moment hier ja ja war das dann der Zaun im Wege ok 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 dass die Mauer im Wege goodie ähm mache ich da die Mauer weg die Mauer muss weg die Mauer muss weg keiner hat hier vor der Mauer zu bauen warte mal so vielleicht kann die Afield der Mauer dann das andere ja bleiben ähh bbbbbbb aber so ist natürlich doof wegen dem weg wie ist das so rum nein so ist noch weniger platz ok der platz reicht so schon mal nicht wenn ich das so mache jetzt aber der weg der könnte mit dem zaun eng werden wir könnten noch ein stück rüber gehen so und dann machen wir es hier hin so und so ok so dann können wir erst mal wieder weg hier wieder was neues ausbuddeln einmal den blauen dann nochmal den blauen da oben so wie war das denn jetzt nochmal mit dem dritten also vorfunk muss ich erstmal gucken weil da müssen das mal gebaut werden und es wird der gebaut und gebaut und gebaut und gebaut baut 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 alles klar haben wir neue sachen jetzt gekriegt oder was ich laute sogar auf ok gut für die sauer kann ich das schon mal verhoffen haben wir das schon mal und was haben wir hier ach für die gehen wieder für zähigkeit der haut haben wir da stärken denn ok das ist auch da aber hier unten ist noch nichts weil hier oben ist das da genau das ist das aber hier gibt es noch ein anderes team da brauche ich fünf sterne bei isla muerta ok isla muerta braucht muerta braucht drei ok das machen wir dann auch mal gut von ihr dann erstmal hier dann geht das dabei warst und dann besser manne bei bei